Herzlich Willkommen zurück bei Space Engineer, dem fantastischen Sandbox Game, nenne ich es jetzt einfach mal. Ich habe euch ja schon ein paar Kleinigkeiten gezeigt hier auf meiner kleinen Welt, wie wir Asteroiden abbauen können, verschiedene Materialien sammeln können. Wie wir diese Materialien hier in unserer Raffinerie verarbeiten können. Ihr seht auch schon, ich habe hier ein bisschen mehr gesammelt. Ich wollte euch das Ganze ersparen, denn es hat schon eine Weile gedauert, bis ich alles zusammen hatte, denn wir hatten das Problem, dass wir keinen Nickel hatten. Wir haben jetzt eigentlich alle Rohstoffe, die wir benötigen für unseren Weiterbau dieser Basis. Noch ganz kurz eine kleine Anmerkung. Ich hoffe, der Ton ist ein bisschen besser wie beim letzten Mal. Ich habe gemerkt, dass weder die Musik noch die In-Game-Sounds zu hören waren, beziehungsweise war das Ganze ein bisschen leise. Und deswegen hoffe ich, dass es jetzt besser wird. Ansonsten werde ich das in der nächsten... Ich werde das einfach so machen, dass ich pro Folge den Sound ein bisschen höher regelt, falls mir das noch nicht gefallen sollte. Ihr könnt natürlich gerne auch einen Kommentar schreiben, wie ihr das vom Sound her passend findet. So, aber genug geschwätzt, wir wollen ja hier unsere kleine Station bauen, haben hier auch schon einen Reaktor gesetzt und einen Gravitationsfeldgenerator, damit wir hier laufen können. Gut, können wir sowieso gerade, weil wir diesen hier haben, den haben wir einfach das Feld vergrößert, aber den hier wollen wir selber in Betrieb nehmen, damit wir mit unserem Schiff wieder weiter fliegen können. So, wir brauchen Computer, Motoren, Reaktorkomponenten und Metallgerüste. So, beim letzten Mal konnten wir das Ganze nicht herstellen. Das können wir nun, indem wir einfach in die Produktion reingehen. Okay, Metallgerüste, da haben wir sogar schon was. Reaktorkomponenten. Brauchen wir 100 Stück. Fehlt natürlich noch Kies, ist kein Problem. Stein haben wir hier, das setzen wir jetzt einfach hier rein. Und das wird hier automatisch hier runtergezogen und zack, das Ding produziert wie bekloppt. Hält natürlich jetzt an, müsste ich jetzt mal nachschauen, was fehlt denn jetzt? Eisen, haben wir schon wieder so alles Eisen verbraucht. Ja, auch gut. Dann haben wir hier noch das Eisen rein. So, weiter geht's mit der Produktion. Ich muss natürlich jetzt immer ein bisschen mal hin und her switchen. Zum Glück reicht der Kies ziemlich lange. Aber wie ihr sehen könnt, die Produktion läuft. Da können wir gerade mal ein paar Sachen mitnehmen, da mein Hirn leider mir immer wieder im Weg ist und ich immer wieder vergesst, was ich hier brauche. Gut, Metallgerüste haben wir, die Reaktoren werden gebaut. Ah, sechs Motoren und 25 Computer. Mal schauen, ob ich mir das merken kann. So, da brauchen wir einfach noch ein paar mehr. Wir brauchen sie eh. Perfekt. Können wir jetzt das Ganze hier mal mitnehmen. Und ich würde sagen, wir haben gleich den ersten Reaktor hier auf der Station. Ihr müsst wissen, der Strom läuft folgendermaßen. Wir haben zwar hier Verbindungen, sprich hier ist eine Tür und hier ist eine Tür. Die sind aber nur da, um weitere, ich nenne es mal, Fabriken oder auch Verbinder, wie jetzt. Wir haben ja hier so einen Verbinder zum Andocken. Das können wir quasi alles mit Rohren verbinden. Und dann ist es ein geschlossenes System. Aber der Strom ist komplett auf der ganzen Basis. Also alles, was hier mit diesen Panzerblöcken verbunden ist, bekommt Strom. Das hat also, also wir müssen keine Stromleitung legen. Ich bin da auch gottfroh, das Spiel ist schon komplex genug. So, hier fehlen uns noch die Komponenten für die Schwerkraft. Weitere Computer und auch weitere Motoren. Können wir auch gleich die Komponenten für die Schwerkraftgeneratoren bauen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Passt. Computer haben wir noch 10, machen wir gleich nochmal welche nach. Und machen wir einfach auch noch ein paar Motoren mehr. Dann passt das hier auch. Nehmen wir gleich alles mit. Übrigens mit Shift, also wenn ich jetzt hier rübergehe, mit der linken Maus, dass du ein Shift drückst, dann ziehe ich genau 100 rüber. So sammle ich eigentlich meistens immer alles ein. Ist, finde ich, eigentlich ganz praktisch. Mit Doppelklick würde man alles nehmen. Ich kann es natürlich auch teilen mit Rechtsklick und rüberziehen. Dann kann ich bestimmen, wie viele Mengen ich überhaupt will. Geht natürlich auch. Ist kein Problem alles. So. Ihr seht, das Teil hier dauert auch schon etwas länger. Ah, ich sehe auch, wir haben ihn richtig umgebaut. Denn wir sehen auch hier, haben wir einen, quasi ein Panel. Wenn ich hier mit K draufgehe, bin ich direkt auf dem Gravitationsfeldgenerator. Und bin aber auch auf unserer Plattform, die wir jetzt einfach mal umbenennen in was ganz Simples. Nennen wir das Ganze einfach Alpha Basis. So. Das ist jetzt hier zwar noch nicht drin, aber das wird später sich ändern. So. Und jetzt haben wir hier quasi unseren Generator und unseren Reaktor. Reaktor ist natürlich noch aus, hat noch kein Uran drin. Das lässt sich aber schnell ändern. Wir nehmen, wir klauen uns einfach. Wir sind dreist und klauen uns von unserem eigenen Schiff ein bisschen Uran. Ich sehe gerade, wir haben nicht so viel, deswegen, sage ich mal, Uran produzieren. Dann nehme ich jetzt einfach mal 1,5 raus. Das habe ich jetzt mit dem Rechtsklick gemacht. Und schon habe ich hier die 1,5 drin. Und zack. Generator ist an. Somit ist unser Schwerkraftsgenerator an. Wir sehen auch unten rechts, haben wir jetzt eine G-Kraft von 2G. Das heißt, wir können das hier eigentlich auch wieder ausschalten. Da gibt es nämlich auch eine nette Funktion. Und zwar folgendermaßen. Ich gehe jetzt hier hin. Sage das hier im HUD-Anzeigen. Und stelle bei Info noch Gravitationsreichweite ein. Und schon kann ich das Ganze sehen, wenn ich aus dem Feld raus bin. Ich habe das, glaube ich, ziemlich groß gemacht. Huh. Ne, irgendwas habe ich jetzt falsch gemacht. Ach, ja, gut, okay. Das war jetzt mein Fehler. Ich glaube, wir brauchen dazu noch eine Antenne, die das Ganze an uns quasi übermittelt. Haben wir nicht. Ja. Das passiert, wenn man zu viel Geh hat. Bei 2G kann das schnell passieren. Ist kein Problem. Jetzt seht ihr mal, wie das ist, wenn man stirbt. Ich wähle einfach unsere Krankenstation aus. Und witzigerweise kommen wir unterm Schiff raus und nicht in der Krankenstation. Ist aber kein Problem. Zum Glück sind wir auf der Plattform gelandet. Denn dann kann ich uns noch plündern. Dann nehme ich mal alles mit. Hier den Bohrer oder was das da ist. Schweißgerät nehmen wir auch noch mit. Und uns entsorgen wir uns einfach mal ganz einfach. Adieu. Dann kann ich euch auch gleich ein neues, äh, nicht neues, äh, ein schönes andere Feature zeigen. Und zwar haben wir ja jetzt quasi die Werkzeuge hier aufgenommen. Die ziehe ich jetzt einfach mal hier rein. Und ich kann jetzt unserer Produktion sagen, pass auf, wir demontieren das Ganze und bekommen dafür, zum Beispiel hier beim Schweißgerät, kriegen wir einen Goldbarren, Nickelbarren und Eisenbarren. Er zieht sich das auch automatisch vom Frachtcontainer wieder in die Produktionsstätte. Und somit können wir das Ganze hier demontieren und kriegen weitere Ressourcen. Jetzt können natürlich einige sagen, wieso besorgst du den Nickel nicht einfach so, indem du mehrmals stirbst und dich selber plünderst. Äh, auf der einen Seite doof, auf der anderen Seite, ähm, ja, zu aufwendig, zu wenig Ertrag, etc. Okay, aber das hier mit dem, äh, Hat-Anzeigen zeige ich euch dann später, wenn wir eine Antenne haben. Erstmal möchte ich hier die Feldreichweite etwas verringern. Mal schauen. Ja, ab hier haben wir quasi 1G. Sprich, wir müssen das Ganze noch ein bisschen runterschalten. Feldweite. Gehen wir einfach mal auf 21. Na, die Feldweite hätte das als eigentlich lösen sollen. Weil Höhe und Tiefe ist eigentlich, aber gut, dann setzen wir einfach mal alles weiter runter. Ah ja, oh ja, genau so wollte ich's. Ich verlasse das Schiff. Ah, jetzt komme ich schon hier nicht mehr hoch. Oh. Ja, perfekt. Sobald ich auf dem Schiff bin, habe ich hier der 2G von dem anderen Generator. Dann möchte ich jetzt doch hier nochmal kurz eine kleine Korrektur. Ja, so ist das schon viel besser. Jetzt sollten wir hier eigentlich ohne Probleme hochkommen. Jawohl. Also, wir haben jetzt quasi unseren ersten Reaktor und auch die Gravitation ist hier auf der Station. Wie gehen wir weiter? Wir wollen natürlich nicht ständig zu unserem Schiff, wo wir nur eine Raffinerie haben und das ganze Erz da reinbringt. Das macht in meinen Augen wenig Sinn. Dauert zu lang. Deshalb werden wir jetzt einfach unsere Station etwas erweitern. Nebenher werde ich hier die Panzerung mal etwas ausbauen. Beziehungsweise nicht die Panzerung, sondern die ganzen Blöcke. Okay, da fehlt uns Eisen. Eisenplatten, um genau zu sein. Da haben wir noch ein bisschen was im Inventar. Aber da mache ich jetzt einfach mal eine etwas größere Produktion. Wenn ich hier Shift mache und auch links klick, dann macht er gleichzeitig auch 100 hier rein. Wie beim Inventar rausnehmen. Eisen macht er noch. Oder Eisen, wie viel haben wir denn noch? Ah, Eisen haben wir nicht mehr viel. Haben wir auch hier nicht mehr viel. Das heißt, wir können auch gleich wieder losgehen und Eisen holen. Dann setzen wir mal hier erstmal noch weitere Blöcke, dass wir hier einfach eine größere Plattform bekommen. Denn, ihr werdet sehen, sobald ich die Raffinerie setze, die ist verdammt groß. Und ich versuche auch gleich noch etwas anderes euch zu zeigen. Mit Hilfe des Gravitationsgenerators können wir nämlich simpler in unsere Raffinerie Eisen bringen. Das probieren wir am besten gleich mal. Und zwar folgendermaßen. Wir haben hier oben ja einen Sammler. Sprich, alles, was hier reinfliegt, wird automatisch von dem Schiff gesammelt. Huh, das war knapp. Das Problem ist natürlich, der Sammler ist nicht sehr groß. Sprich, wir müssen das Schiff so positionieren, dass wir genau da sind, wo wir auch bohren. Und da kommt der Gravitationsgenerator ins Spiel. Dadurch, dass wir ja einen Gravitationsgenerator haben, müssen wir einfach nur das Feld erweitern. Und da ist dann das so, wenn das Feld quasi in der Position ist, wo wir bohren, haut es die ganzen Eisenteile in Richtung unseres Generators, wenn wir dementsprechend richtig stehen. Ich muss jetzt nur aus der Reichweite raus. Jawohl, jetzt sind wir aus der Reichweite von unserer Station raus. Jetzt drehe ich das Ganze. So, wenn ich Alt drücke, kann ich auch mit der Maus hier so ein bisschen umheragieren. Das ist auf jeden Fall sehr praktisch, gerade bei solchen Manövern, die ich jetzt hier mache, bevor ich hier unser ganzes Schiff demoliere. Jetzt war eine schöne Demonstration der Kollisionsphysik, aber nein, danke. So, wir erhöhen noch mal die Feldweite. vor allem die Höhe. Und wir haben ja jetzt über uns Eisen. Hier haben wir gar kein Eisen mehr. Er produziert auch keine Platten mehr. Sehen wir hier, er hat zu wenig Eisen. Also probieren wir das mal. Dazu gucken wir, der Sammler ist hier. Wir können natürlich auch einen Trichter bauen. Wir könnten, wir könnten nicht nur, wir tun das. Wir versuchen mal hier, einen Trichter zu bauen. Den Block passen wir mal farblich an. Ist das das Gelb oder das Gelb? Wir können auch hier einfach, wenn ich mit dem Block hier hingehe und Shift-P drücke, übernimmt er die Farbe. Dann haben wir das Problem nicht. So. Hier kann ich auch noch nichts drauf bauen. Ja, müssen wir uns ein bisschen umdesignen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass wenn ich das hier abschweißt, ist der Sound im Cineplayer anders wie im Multiplayer. Also haltet mich für blöd, aber mir kommt es echt so vor. Ah, den können wir lassen. So, wir nehmen jetzt einfach dieses Teil hier. Und ihr könnt euch bestimmt schon denken, wie das jetzt gleich aussehen soll. Na, drehen wir noch nie mal eine Stärke. So. Ich hoffe, die Eisenplatten reichen im Inventar. Und dass das ganze seitlich nicht rausfliegt, haben wir auch noch diese Blöcke hier. Das ist nochmal sehr tricky zum Drehen. Jawohl. Einmal so. Einmal so. Na, einmal so. Und das letzte hier. Das verspart uns auch hoffentlich. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe es noch nicht getestet, aber es sollte eigentlich funktionieren. Die Sammler habe ich schon getestet, aber ich habe noch nie so einen Trichter gebaut. So. Jetzt müssen wir einfach nur gucken, dass wir über dem Schiff bohren. Und dabei aufpassen, dass wir uns nicht selber erschlagen mit den Steinen. Gravitation haben wir noch. Und wir sehen, die fliegen rein und werden sofort absorbiert. Ich sehe aber gerade, wir haben jetzt 1,8 G. Das kommt wahrscheinlich von unserer Station. Oder? Ja, ich werde mal hier die Gravitation etwas runterstellen. Sonst hauen wir die Brocken mit 1,8 G-Kraft auf den Kopf. Da bin ich jetzt nicht so erpicht drauf. So, keine Schwerkraft mehr. Jawohl. Hier haben wir noch die Schwerkraft. Und jetzt sehen wir das auch mit dem Pfeil. Das geht genau in die Richtung. Ah, es geht ein paar Sachen daneben, aber es kullert rein. Ah, sehr schön. Es funktioniert. Ast rein. Und somit können wir eine Menge Eisen hier einfach abbauen, ohne das ganze Zeug immer einsammeln zu müssen. Ah, gut, ein bisschen geht das daneben. Ich habe jetzt nicht den größten Trichter gebaut. Ah, noch ein bisschen Eisen. Ja, hier können wir noch ein bisschen nehmen. Ich kann mich ja mal ein bisschen reingraben. Das Problem ist natürlich, dass die Steine eine mal runterdrücken. Es kann auch vorkommen, dass wir mich gleich erschlagen. Das muss man natürlich auch ein bisschen aufpassen. So, schauen wir uns das Ganze doch mal an. Na, hier liegt noch ein Eisenbrocken. So, ah, sehr schön, noch einer. Noch einer. So, jetzt schauen wir mal rein. so, wir haben jetzt hier 7.061 Eisen und dann habe ich hier nochmal 1.700. Zack. Jetzt kann der hier wieder ordentlich Stahlplatten äh, konstruieren. Na, Nickel haben wir auch nicht mehr so viel. Das Problem ist, ich kann zwar versuchen, mir zu merken, wo ich das Nickel gewunden habe, aber ganz ehrlich, hier steht, äh, hier sieht ein Stein wie der andere aus. Das ist dann nicht ganz so einfach. So. Als nächstes, was ich unbedingt haben möchte, ist eine Antenne. Es ist einfach extrem nervig, wenn man nicht weiß, wo seine Station ist. Eine Boje könnte es auch tun, aber eine Antenne ist mir dann doch lieber. Und dann haben wir von, äh, Distanz auch Zugriff auf die Station. Hat später den Vorteil, wenn wir weiter weg sind und wir möchten unterwegs aber noch schnell was produzieren lassen, dann können wir einfach per Antenne auf die Station zugreifen. Hoppla. Und dann hat sich das erledigt. Au. Da brennen die Triebwerke schon die Station ein bisschen weg. Das wollte ich jetzt nicht. Ja, da müssen wir auch aufpassen. Na, noch ein bisschen höher. Ach, gerade sogar. Hier runter und so. So, wie soll ich denn jetzt draußen? Da habe ich wahrscheinlich beim Rabben die Scheibe vorne kaputt gemacht. Gut, wieder Einstieg. Ich spawne wieder drunter. Sehr seltsam. Ja, ihr seht, man stirbt hier ziemlich schnell. Oh, das Ganze können wir wieder reparieren. So, was habe ich da vorne getan? Ja, ich habe unser Cockpit zerdonnert und kann froh sein, dass ich das, dass ich den Stuhl hier nicht zerdonnert habe. Sonst hätte ich jetzt ein wahrliches Problem gehabt mit dem Steuern. Ja, das Problem ist, dieses Anfangsschiff hat hier vorne auch echt keine Panzerung. Die haben hier einfach nur so ein Scheißgitter hingesetzt. Und das kann man vergessen. Ähm, da, 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 kein Problem. Werden noch welche produziert? Nein, aber wir brauchen auch ziemlich was mal 100 Stück mit. Dann sorgen wir dafür, dass da vorne kurz dicht ist. Man muss ja nicht zwangsläufig mal rausgucken können. Aber ich möchte ungern den Spiel verlieren, falls ich doch noch mal gegen irgendwas donnern sollte. Ich finde auch, irgendwie hat das Schiff ganz schön den Macken. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das war. Oder ob das, ob man das quasi am Anfang so bekommt, so nach dem Motto, ähm, man ist irgendwo vielleicht geflüchtet vor Piraten oder so und konnte gerade noch knapp entkommen. Kann ja sein. Vielleicht redet der Doskias hier auch einfach nur Blödsinn. Kann auch sein. So, das Ganze wenigstens mal ein bisschen wieder vor. Ah, ich sollte das 2G wieder ausschalten. Ist zum kotzen. So. Okay, passt. Gut. Dann baue ich jetzt hier einfach mal weitere Platten. Ähm, das Schöne ist auf jeden Fall auch, ich weiß jetzt nicht, ob ich das schon in der letzten, schon wieder leer, äh, ob ich das in der letzten Folge, erwähnt habe. ich glaube, ich sollte noch mehr machen. Ähm, wir können ja Schiffe bauen, logisch. Sonst wäre es ja nicht halb so schön zu spielen. Aber, wir können auch Schweizer an unsere Schiffe dran machen. Sprich, wir können, ich nenne sie liebevoll, ähm, Bauschiffe. mk1 und mk2 habe ich da. Die werdet ihr auf jeden Fall auch noch sehen. Äh, vielleicht nicht auf dieser Welt, aber auf unserem Server. da läuft es ja immer weiter und weiter. Ich habe euch ja auch erzählt, dass wir einen großen Hangar bauen wollen. Der ist schon, ja, er sieht nicht schlecht aus. Er ist nicht fertig, aber er sieht nicht schlecht aus. Das einzigste Problem in diesem Spiel momentan ist, es gibt Motoren und Kolben. Ihr dürft euch das so vorstellen. Ich habe natürlich jetzt leider keine Materialien, um euch das zu zeigen. Ich möchte auch jetzt ungern in den Kreativmodus wechseln. Aber das werde ich euch dann einfach auf unserem Server zeigen. Aber das Problem ist, die Kolben und die Motoren arbeiten nicht ganz richtig. Es ist, ja, eine Art Kollisionsabfrage, die da einfach noch nicht richtig funktioniert. Und es ist uns schon häufiger passiert, dass wir einfach ein Hangartor gebaut haben, mit Hilfe von Kolben, dass die quasi die Platte vor den Eingang schieben und wieder zurückschieben. Und nach einer Zeit fängt es einfach an, stark zu vibrieren. Und irgendwann macht es Peng und das ganze Tor fliegt weg, haut vielleicht in den Hangar ein Riesenloch rein, und ich habe mich da schon zu Tode geärgert. Furchtbar. Momentan haben wir jetzt keine wirkliche Alternativlösung. Müssen wir damit leben, in der Hoffnung, dass das Ganze mal irgendwann gefixt wird. Denn ich gehe nicht davon aus, dass ich zu blöd dafür bin, oder dass auch meine Jungs dafür zu blöd sind, und dass unser Fehler sein soll. Also, kann ich mir nicht vorstellen. Wir haben echt verschiedene Arten von Toren versucht zu bauen. Boah, das gibt es nicht. Wir haben einen Eisenverbrauch, das ist abnormal. Ja, okay. Wir müssen doch gleich nochmal los. Kein Problem. Bevor wir über losgehen, habe ich noch Eisen. Jawohl, sehr schön. Möchte ich euch nämlich noch zeigen, wie die Raffinerie aussieht. Ihr seht sie zwar hier im Schiff, aber nicht so wirklich gut. So, dazu gehen wir, dass man das mal ganz ein bisschen übersichtlicher haben. In die Produktionsblöcke. Und da wir ein Eisenproblem haben, können wir auch erstmal nur einen Lichtbogen setzen. Der kann nämlich Eisen auch ebenfalls einschmelzen. Hier haben wir die Raffinerie und den Fertigungsroboter. Denn das Problem ist, dass die Raffinerie verdammt viele Stahlplatten kosten. Und noch andere Sachen. Und der Lichtbogenofen ist nur minimal an Kosten. Ich nehme jetzt trotzdem mal alles in meine Liste. Ich werde jetzt hier auch mal die Farbe blau nehmen. Das sieht einfach schöner aus. Den Generator werden wir jetzt komplett ignorieren. Das lassen wir so. Denn ich möchte, also ich möchte es jetzt nicht mit dem Generator verbinden. Das brauche ich jetzt nicht. Wir fangen an. Ich würde sagen, hier in diesem Eckchen, jetzt drehen wir das Ganze erstmal. Ich möchte so stehen. Boah. Ich habe da eine gute Farbe rausgesucht. Assembler, okay. Den stellen wir jetzt einfach mal hier hin. Hat er denn, der hat nur oben einen Ausgang, unten einen Ausgang. Und wahrscheinlich da auch noch einen Ausgang. Kann man das sehen? Ja, es ist schwer zu sehen. Ja, aber ich denke mal, der hat unten wie oben einen Ausgang haben. Ich könnte es ja natürlich auch, um Platz zu sparen. Ja doch, das machen wir. Da sparen wir Platz, sobald ich das mit dem Drehen hin habe. So. Setzen wir das einfach hochkant. Und dann müssten wir jetzt hier oben ein Tor haben. Und aber auch hinten eins, genau. Und ich könnte dann einfach auch zwei hintereinander setzen. Ich setze jetzt aber erstmal einen Fertigungsroboter hier hin. Dann sage ich das Ganze. Boah. Das ist ein Monster. Diese Raffinerie ist ein Monster. Ich möchte natürlich auch immer gucken, dass hier die Tore richtig sind. Äh, dass es alles richtig rum ist. So, die Raffinerie setze ich jetzt einfach dahinter. Dann wird die automatisch mit der hinteren Tür verbunden. Und, zu guter Letzt nehmen wir noch einen Lichtbogenofen. Den können wir da hinsetzen. Der müsste eigentlich offen sein oben. Ah, nee. Der ist nicht unten offen. Ich hätte schwören können, ich habe den mal oberenander gebaut. Okay. Dann muss ich den anders setzen. Dann muss ich mal kurz gucken, wo die Raffinerie überall Eingänge hat. Die hat hier vorne. Hinten. Ah, die hat unten. Okay. Also ich könnte theoretisch auch zwei Raffinerien einfach aufeinandersetzen. Ähm. Ja gut, dann kann das ja alles mit Rohren verbinden. Dann seht ihr die Rohre auch gleich. Ich setze ihn jetzt einfach mal hier hin. Und, Stahlplattenhammer, sehr schön. Herstellungskomponenten fehlen noch. Die großen Stahlrohre, Motoren und Computer. Ihr seht auch, wir brauchen fast nichts für die Fertigstellung. Also das Ding ist um einiges praktischer, was Eisenproduktion angeht. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, er verarbeitet auch Eisen schneller wie andere Sachen. So, das nehmen wir mal mit. Das tun wir raus. Jetzt brauchen wir natürlich trotzdem wieder Eisen. Denn ich brauche ja Herstellungskomponenten. Ich mache mal da ein paar Sachen. Dafür mache ich ein paar Sachen. Große Rohre habe ich noch im Kopf. Große Rohre. Computermotoren. Ja, das passt alles. Was brauchen wir hier? Hier brauchen wir noch Anzeigen und kleine Rohre. Und hier brauchen wir auch wieder große Rohre und jede Menge Stahl. Also, da können wir auch gleich mal gucken. Anzeigen. Machen wir auch gleich 10 Stück. Und kleine Stahlrohre machen wir jetzt mal für die Reserve noch. 50 Stück. Und, auch wenn es krass aussieht, davon noch mal 100. Und dann fliegen wir doch gleich noch mal los. Und sammeln noch mal eine... Oh, jetzt muss ich aufpassen, dass die schon wieder alles wegschmelzt hier. Eine Menge Eisen ein. Oh, das Ding ist aber auch träge, du. So. Ich versuche mal, den Trichter ein bisschen näher heranzusteuern. Vier Stunden haben wir noch Antrieb, wenn wir fliegen. Fünf. Ah, was wird denn gerade verarbeitet? Äh, Inventar. Nickel. Ah, okay, Uran. Eigentlich haben wir genug Uran. Vier Stunden. Wow. So, ich probiere jetzt mal richtig schön ran. Dann nehmen wir am besten so eine schöne flache Ebene hier. Ich könnte natürlich jetzt simplerweise auch noch einen Bohrer heranzutzen. Aber das Ganze... Das Problem ist, die Bohrer haben nur kleine Verbindungstüren und keine großen Verbindungstüren. Und dann kann ich das Ganze hier... Das verkompliziert es einfach. Ich bin mir auch gerade nicht mal sicher, ob man überhaupt Bohrer an große Schiffe ran machen kann. Oder ob das nur an kleine geht. Das weiß ich gar nicht. Ah, wir hätten noch ein bisschen näher ran können. Aber, okay, das reicht trotzdem. Ach, jetzt habe ich die Schwerkraft. Ah. Ach, Gott. Wir können das Ganze zum Glück auch von hier aus steuern. Kontrollfeld. Jawohl. Zack, zack, zack. Das sollte reichen. Passt das Ganze. Die Brocken kommen runter. Jawohl. So, dann bohren wir mal eine Weile. Und ich würde sagen, während ich hier noch ein bisschen Eisen sammle, mache ich einfach einen kleinen Schnitt und wir sehen uns dann gleich wieder bei der Fertigstellung unserer Raffinerien. Und dann werden wir mal schauen, was wir als nächstes in Angriff nehmen. Denn ich, wie gesagt, ich möchte euch erst noch ein paar grundlegende Dinge einfach zeigen, bevor ich euch da mit zu vielen Informationen überhäufe, wenn ihr unsere Stationen seht. das ist too much, was wir da sehen. Das Ding wird immer größer von Tag zu Tag. Die Jungs sind auch wirklich extrem am Ackern. Was aber auch gerade daran liegt, dass über die Feiertage alle Urlaub haben. Ist ganz praktisch. Aber auf jeden Fall Dankeschön fürs erstmal zuschauen. Lasst doch ein Däumchen hoch, wenn es euch gefallen hat. Fragen in die Comments und wir sehen uns dann auf unserer Station wieder.